bei Techit Beim Techit Projekt Projekt, was weiterführend und warum jetzt das so krass leckt, weiß ich selber nicht Wirklich krass Nein, jetzt hab ich schon wieder solche komischen blauen Kästchen F6, war das oder? F9 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 Alter, nee, es geht nicht Mir kackt's grad übels ab Ja, solang's bei dir drüben abkackt Geh ich mal ins Craften Du darfst mich ruhig mal erklären, was du bis jetzt so gemacht hast Kennen die Leute ja aus dem Bein der Aufnahme Ich blick's nicht Ich blick's nicht Also wenn ihr Bei Butch Schaut Und euch wundert, was ist das alles hier Es sind jetzt zwei Ja, zwei Wochen rum Deshalb hat sich hier viel Dienst getan Unsere Nachbarn haben Fleißig aufgestopft Wir haben AKW Nachbarn haben AKW gebaut Fischerhaus Und ich hab Und ich hab Während den zwei Wochen immer mal wieder aufgenommen Und Hab uns ein Haus gebaut So So, jetzt erstmal den Kongressor M, M, M So, und jetzt kriegst du noch dein Chat-Pack Ich hab ein FPS Wie kann das sein? Warum kackt mein PC grad so ab? Warum seh ich so hässliche Kästchen? Naja, sorry Leute, ich muss kurz Aufnahme stoppen Wir sehen uns gleich So, der Weg ist aber trotzdem weiter Und wir haben keinen Redstone mehr Hm Alter Ja, was? Ich bin gestorben Achso Salz Ähm Alter Warum leckt das so? Zwei FPS Zwei FPS Was hab ich dir getan? Meine Ahnung Meine Ahnung Meine Grafikkarte am Abkommen Used Memory 32% 57% So, die Breadbox Hammer Vom Advanced Circuit circled German Permission Fals Öz 70% Worm X Kein Alter, ich hatte 32% E Worm Worm Ohne Aufnahme ist 7 FPS, das ist schrägig. Jetzt 25. Hä? Wieder 9. Alter, warum ist mein Computer grad so launisch? Wie viel Arbeitsspeicher hast du? 68% ausgelastet? Was? 71%? Was ist da los, Alter? Ist da schon wieder Windows-Updater irgendwie im Hintergrund unterwegs oder wie? Alter, ich hab jetzt auf jeden Fall mal deinen Chat-Pack fertig. Da kommt Arsia. Eigentlich nur Tech-It offen. Und der ist immer noch bei 61%. Komisch. So, ein Kompressor. Ja. Jetzt guck ich erstmal, dass ich nicht wieder solche hässlichen Reifen da hab. 9. 10. 8 auf 7 auf 6 auf 5. 4, 3, 2, 1. Hm? E-Mass solche Hässling-Casting. Was? Wirklich. Alles ausmachen. Gerade wirklich so krass bei mir. Der hat 50% hat er bei mir ausgelastet. Hey kid. Sie hat sonst nie so eine CPU und eine Memory zu getrunken. Schau, ne mit Flaps will ich nicht aufnehmen, eine Festplatte hat nicht mehr so viel. Multiplayer. Lief von meiner Schwester, die hat fast gar nichts, habe ich mit Camtasia aufgenommen Battlefield 3. Okay. Das Teil lief mit 20 FPS. Das ist nicht schlecht. Fast besser als mit meinem PC hier. Jetzt, wie viel habe ich jetzt an FPS? Soll ich 50 FPS? Und wo bist du grad? Ja, hinten am See. Dreh dich nach rechts. Warte? Guck mal, ich lade noch kurz das Teil auf. Ich tu jetzt neue Camtasia starten. Okay. Okay. Okay, so ich bin jetzt wieder da. Jetzt ist es schon wieder runter auf 10 FPS. Jetzt ist es natürlich wirklich wenig. Ich will es doch nicht aufnehmen. Es ist nicht mehr feierlich. Also ich habe 18, 19, 20 FPS. Hä? Warum hast du auch so wenig? Der Server mag kacken oder wie? Nee. Der läuft gut. Momentan. Jetzt bin ich bei 20, aber ich bin nur im Stand. Sobald ich mich bewege. 11. 10. Hä? Ich gebe dir auf jeden Fall mal grad dein Chatpack. Ja, aber ich frage mich grad wirklich, woran liegt es? Warum haben wir beide solche Crimes-Einbrüche? Hier. Komm her, hinter dir. Danke. Ist voll aufgeladen. Danke. So, jetzt wollte ich noch Lampen machen. Alter, ich kapier das nicht. Und kack, das ist bei mir grad so, hast du auch nur so wenig Frames oder wie? Momentan 20. Ja, 11. Sollen wir uns ein Internet liegen? Ja, wir haben letztens mit Übergeschwindigkeit aufgenommen. Ja, im Internet liegt nichts. Wir haben hier ein Gigabyte, äh, ein Mbitz Upload und 50 Down. So. Weißt du, warum das leckt bei mir grad? Also. Ja. Ich sehe grad die Aufnahme links. Ohne Scheiß. Mal gucken, ob ich nicht irgendwie... Die Options kann ich... ...aufnehmen. Ja, egal. Und du hast auch so wenig, oder wie? 20, aber damit geht's ja nicht. Ich hab 11. Neun, wenn ich mich bewege. Wird das besser. Alter, das geht... Du weißt jetzt gar nicht, was wir jetzt machen müssen. Eigentlich. Hm? Was müssen wir jetzt eigentlich noch bauen? Ähm. Ja, wir haben jetzt halt Anfangszeugs. Anfangszeugs in AKW? Ja. Ganz ehrlich, AKW ist am leichtesten zu bauen. Alter. Ähm. Was du grad mal machen könntest. Was? Ähm. Hast du ne Spitzhacke? Ähm. Nö. Hier. Schaufel kriegst du auch. Und zwar hier unten im Keller. Oder was der Keller werden soll. Das könntest du eigentlich mal ausbauen. Okay? Okay. Ich kümmere mich da mal ne Zuleitung vom AKW zu uns hin. Ich mach das grad so an. Aber bei dir auch, oder wie? Läuft eigentlich gut. Egal, jetzt machen wir erstmal und gucken erstmal, ob das vielleicht sich bessert. Äh. Was soll ich machen? Ähm. Einfach mal den Keller bisschen ausbauen. Ja. Jetzt seht ihr hier einen kleinen jungen Lons Butch einfach mal durch die Gegend laggen. Das finde ich super. Dann kümmere ich mich mal um die... Warum wirst du das nicht ein Mining Tuttle machen? Ich... Ich... Wir haben halt. Bei uns am alten haben wir auch einen riesen Keller durch den Mining Tuttle eigentlich bekommen. Stimmt. Dann hol den Mining Tuttle. Dann brauch er mich den hin. Ja. Viel Spaß. Wir holen. Er müsste noch in dem alten Keller sein. Irgendwo so halb was unterwegs. Nee. Mist. Fällig sein. Uranium. Wir haben Uranium in unserem Keller. Echt? Cool. Autsch. Ich hab gerade eben einen Gang von einem Mining Tuttle gefunden. Also Reinforce Stone abzubauen ist ne Ball. Nee jetzt ohne Scheiß in unserem Keller. Guck komm her. Ja. Warte ich komm. Ich geh mit irgendwie... Ich geh mit irgendwie... Was schichten haben die hier? Was machst du denn? Greenforce Stone mehrere Schichten unter der MFSU. Um was zu machen. Im Keller Mining Tuttle Schächte. Ja. Mining Tuttle Schächte. Ja. Da hinten. Ich hab gerade eben hier gebaut und dann auf einmal kommt das hier. Wow. So ging's mir auch. Cool. Wie macht man denn mal? Ich bau das zu. Ja. Hauwermode. Ich hab Eisen. Schade, dass man mit dem Kopf eigentlich keinen Dings kriegt. Was? Kein Schaden. Beim Kopf. Doch. Wenn man mal mit Vollspeed irgendwo gegen an die Decke oder so. Kein Schaden. Oranium. Wir haben Oranium in unserem Keller. Cool. Ja. Jetzt ein FPS. Nix nicht. Ich kann ja gleich nach einer Aufnahme können wir ja eigentlich gucken ob ähm. Ich kann ja mal mit Straps versuchen aufzunehmen. Hm. Wenn's dann besser läuft dann muss ich halt mit Straps da oft aufnehmen. Das leckt grad so bei mir. Echt? Mönzen. Ok. Jetzt hab ich. 11 FPS. 11 FPS. Die ganze Zeit bewege ich mich immer 11 FPS bereit. Ich hab Eisen gefunden. Wir haben Eisen in unserem Keller. Wir haben Eisen in unserem Keller. Haben wir eigentlich schon. Läuft jetzt eigentlich unsere Quarry? Ähm. EVE. Musst du mal nachschauen. In den Engines. Wer muss nachschauen? Du. Immer ich. Immer ich. Bei mir setzen sich grad die Blöcke immer wieder hin. Ne. Das leckt grad. Aber das kann nur vom Server auskommen. Das kommt jetzt grad echt vom Server aus. Jetzt geht's wieder. Jetzt hab ich auch 17 FPS grad kurz gehabt. Aber jetzt geht's besser. Ich glaub der Server ist grad am Längen. Ohhhh. Wie viele Junkloader sind hier eigentlich unterwegs? So viele. Alter. Ach ja man. Ich komm perfekt. Hier raus. Komm mal her. Hinter dir. Warte kurz. Was ist das? Hier bin ich grad rausgekommen. Das war doch unser Eingang. Tuttle. Alter bin ich grade mit dem Tunnel rausgekommen. Äh. 1. 6. 5. 6. So viele Brücke will ich mich jetzt auch. Ja. Oh du. Blöcke setzen sich. Die Blöcke setzen sich grad wieder hin. ich guck mal kurz bei den leuten also bei den nachbarn was die das über alles anhand bei dem ziemlich richtig übertrieben ja ohne scheiß diese mal aufhören keine endlos schleifen und so weiter ich schalte mal bei den paar sachen ab ich will auch für österreich diese fischstation ist viel zu übertrieben geht es kein problem aber hier die haben das solarpanel fabrik die haben sonst was das ist nicht mehr die u-u-u-meta-fabrik ist auch die hölle ich weiß gerade am abkappen eine halbe sachen zu normal was die hier alles haben ich schwör die cheaten alter jetzt blocken der verschwindet ich setze blocken das erklärt ja alles was haben die machen die hatte was endlos schleifen oder wie alter was ist das hatte was ich das fabriken das ist können sie bei sich bei sich im single player machen schon krass wenn man sowas kann aber zum beispiel hier der coach ist das oder wie alter weißt du die haben hier irgendwo eine blackout chest ähm ja hier und 1325 seiten voll mit kabel alter was machen die mit so viel kabel jojo mitte aber es lädt dadurch so richtig die soll sich mal raffen eh ganz ehrlich so schön und gut wenn man sowas hinkriegt aber wo kann man die ganze scheiße absch... ach was ist ist eine leitung wo ich es abschalten kann ja mann hier die ganze scheiße abschalten ne wo ist du hier alter was ist das für ein riesen lagersystem ich geh es mal abschalten cobblestone cobblestone die haben nicht nur eine black hole chest voll mit cobblestone diese kompletten chests die du hier siehst sind jetzt alle voll mit cobblestone alle ich schalte warte mal ich schalte das ganze zeug mal ab die ganzen wood chests hier ich schalte es mal ab hier ist ein schalter jammen und tschüss und tschüss hey es läuft ruhiger merkst du es? bisschen keine klicke mehr und so aber die cobblestone fabrik dinger laufen immer noch hä die hab ich doch abgeschaltet warte es kommt immer noch cobblestone also es läuft auf jeden fall um einiges ruhiger also cobblestone generatoren sind abgeschaltete die jungen mit der farm ebenfalls und es läuft auch deutlich besser ne bei mir nicht das war mir schon 8 fps immer noch rum ich lauf hier grad so eine redstone leitung entlang ja es ist nicht mehr so laut aber empfehle ich mal zu dir ich komm du bist du? cpu ich habe 20 fps im stand Wir haben auch 100% CPU-Auslastung gerade. Auf dem Server? Ja. Ne, 140 Server. Auf dem Nitrado-Server. 140%. Ich sag, das Server ist am Abkacken. Ja, warte, ich starte mal kurz neu. Wie lange nehmen wir den eigentlich schon auf? Ja, jetzt ist 15 Minuten. Okay. Den Pod können wir eigentlich beenden hier. Dann beenden wir jetzt die Folge. Ja, wir machen eine Aufnahme-Pause. Es geht gleich höchstwahrscheinlich wieder weiter. Jo. Wir sehen uns. Bis gleich. Wir sehen uns.